Und zum letzten haben wir hier zusammen, teils sehr erfolgreich zusammengearbeitet und mit viel Vergnügen zusammengearbeitet bei FC Bayern München. Also wenn die Frage kommt, von ihm zu übernehmen, dann ist das eine sehr schwierige Frage für mich, auch weil ich einen Tag vorher meinen Arbeitgeber versprochen habe, noch ein Jahr weiter Arbeit zu machen hier. Sie können sich vorstellen, ich bin mit dieser Frage nach Hause gefahren, ich habe überlegt mit meiner Frau, nachdem habe ich Louis angerufen, ich habe nochmal mit meiner Frau überlegt und nachdem nochmal Louis angerufen. Und beim zweiten Mal hat er mir gesagt, alles zusammen nehmend, alle Argumente nehmend, wenn ich, das sind seine Worte, seine Wörter, Worte, dass wenn er in meinen Schuhen stehen würde, dass er dann diesen Job übernehmen würde von ihm. Das war für mich sehr wichtig, dass er diese Aussage zu mir gemacht hat. Dann habe ich mich auch noch benachdruckt, aber unsere Relation, unsere private Relation, die muss so bleiben, wie er ist, und da hat er mir das bestätigt. Und nachdem habe ich mich entschieden, um die Beauftragung von Bayern zu akzeptieren. Und dabei ist wichtig, dass ich davon überzeugt bin, dass wir das Ziel, was wir haben, Qualifikation für die Champions League, erreichen werden. Das können wir nur zusammen machen, Fans, Spieler, Stab, Vorstand. Wenn wir zusammenhalten, zusammenstehen, dann schaffen wir das. Vielen Dank.